Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, es weihnachtet sehr. Tune War hat mal wieder eine Map rausgehauen. Am Heiligabend, um genau zu sein. Äh, Name habe ich jetzt nicht mehr. Gerade hatte ich noch einen Namen, aber ich musste das Video nochmal neu starten, weil ich habe wieder komplett ohne Ton aufgenommen, ne. Läuft ja, oder? Ähm, ja, ein klassisches drauf rumgefahren Video vom Diego. So sieht die Map aus. Ist, ich habe, wie gesagt, eben schon gemerkt, ist, ist alles ein bisschen weitläufiger. Ähm, geht aber noch, ne. Felder nicht zu verspielt, aber auch nicht zu langweilig. Ist eigentlich ganz nett geworden, so. Äh, Bodenwinkel-Check habe ich auch schon gemacht. Läuft, ne, also nicht übertrieben viele Bodenwinkel verbaut und so. Ist schön, ne. Ihr seht, uns gehört auch schon ganz ein Teil an Ackerland. Und wir sind dann, ich fange da nicht bei Null an. Ähm. Das mit der Grastrocknungsanlage finde ich ganz witzig. Und bei den Schweinis, da können wir mal eben hinjumpern. Ähm. Bei den Schweinis gibt es auch hier so ein, äh, da, oh, fast gebissen. Äh, da gibt es auch so ein Viech, ne. Der macht dann hier Schweinefutter, ne. Muss von dem so die Cerealien zuwerfen und dann verarbeitet der das, ne. Ähm. Ich meine, hatte ich nicht eben gelesen, die BGR ist bei den Schweinis. Das finde ich aber hier eben schon rumgecruist. Also Bäume habe ich ausprobiert, Bäume kann man umhackern, ne. Ähm. Unkraut, ne. Diego liebt Unkraut. Ich mag das, wenn das so aussehen tut. Auch hier, wenn so ein Grünstreifen und so, ne. In der Mitte, ne. Mann, 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 Mann. Ja, hat da wieder richtig einen präsentiert hier, ne. Kann man nicht anders sagen. Äh. Oh, ist das hier zum Aufklappern? Oh, schön, 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 schön. Getreidesilo, sehr schön. Was soll denn hier liegen? Ach, eine Motorsense. Haha, ist ja nett. Äh, aber hier ist keine BGR. Das steht schon mal fest. Ist hier vielleicht in der Nähe. Gucken wir uns gleich mal an. Ich wollte gerade irgendwo anders hin noch. Weil ich da eben bei meinem ersten Aufumgefahren Video ohne Ton nicht gewesen bin. Ich packe euch den, ähm, den Download-Link gibt's bei Mottos dann, ne. Ich hab das Ding gestern geladen schon, aber gestern war ja Bescherung und so, ne. Ich hab keine Zeit gehabt, ein Aufumgefahren Video zu machen. Ähm. Also, der Download dauert ein paar Sekunden, ne. Frames hab ich auch bis zum Anschlag. Also, die scheint auch nicht sehr ressourcenhungrig zu sein, die Map. Ist nice, ne. Hier sind die Schweine und da ist die bestimmte... Da ist die BGR. Guck mal. Wollte sagen, hat er doch auch geschrieben, ne. Schweines und BGRs sind hier zusammenwohnend. Ja. Achso, wenn die Pflanzen so ein bisschen spät erst aufpoppen, mir das liegt an meinen Einstellungen. Ich musste da die Sichtweite runternehmen, sonst komme ich mit der französischen Map, äh, komme ich nicht zu Rande hier mit meinem alten klappringen Laptop, ne. Das heißt natürlich wieder, oh, und, zack, habt ihr das gesehen, hä? Und das nach dem Weihnachtsessen gestern. Die Biogasanlage, hier kann man hier rein stolpern oder was? Oh, geil. Ach, ja, genau, das habe ich auf dem Foto gesehen. Äh, nett. Kleiner Pausenraum. Oh, hier kann man auch rein. Werkstatt. Ne, ja, Lager, ne. Hey, das ist ganz wichtig, ne. Ganz wichtig. Wichtigste Utensilie. Guck mal, hat sogar eine Drehbank hier reingestellt. Ist ja nice. Soll das eine Zugspindeldrehbank sein, ohne Leitspindel? Sowas geht auch. Ja. Okay. Ich, äh, ich kenne mich da nicht so aus. Oh, ja. Das sind mal, äh, groß skalierte, hä, 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 hä. Groß skalierte Wände. Da braucht man dann hier von Sprosse zu Sprosse eine eigene Leiter. Hä, hä, hä. Ja, mit den Silos, man muss nehmen, was man kriegt. Das ist alles noch ganz schön buggy, ne. Und da ist Giants noch nicht so weit. Was haben wir denn hier gemacht? Schade, nur ist die Textur so ein bisschen... So, so hin und wieder hat er so eine Textur dabei, wo ich, äh, sage, Och, ne. Kannst du doch noch mal eine andere suchen, bitte? Ja. Aber ist, wie gesagt, noch manchmal. So was finde ich natürlich auch ober-nice, ne. Dass, ähm... Dass es nicht reinregnet in den alten Napfen, ne. Du hast so ein paar Reifen da vorgelegt. Ist auch ganz wichtig für den Diego, ne. Ich buffel da immer gegen. Ich brauch hier alles voller Reifen. Ich brauch hier ne Reifenwand. Ansonsten mag ich natürlich diesen, diesen Kübel nicht. Ich mag das lieber, wenn man da mit dem Andinger was reinkippen kann. Aber das ist Geschmackssache, ne. Aber ist natürlich schade, dass er jetzt hier nicht auch noch so, so büschelweise, ne. So mal hier mit so ein paar Brennnesseln. Mal da so ein paar Brennnesseln. Da geht der Diego mal richtig steil drauf, ne. Aber, naja, was willst du machen, ne. Stöhnen auf hohem Niveau. Wie der Diego immer zu sagen pflegt. Ich wollte gerade was anderes sagen. Habt ihr gemerkt, ne. Ja, und grün ist es hier, ne. Das Gras ist auch schön. Schönes Gras. Ist nicht ganz so langweilig. Aber auch nicht zu bunt, ne. Ich mag das nicht, wenn überall so bunte Blumenwiese ist. Ich muss das auf der französischen auch noch ändern. Ja. Mal gucken, dass wir wollen... Achso, hier hab ich hier Bodenwinkelcheck gemacht. Also nicht hier, aber auf dem... Mal kurz gucken, ob der Acker meiner ist. Ähm, ja. Wir können auch zu vier fahren. Ich glaub, auf der vier hab ich auch den... Du bist die vier? Du bist doch nicht die vier. Du bist nicht die vier, du bist die drei. Ich will zurück zu meiner vier. Hier, Zäune und so hab ich alles schon Kollicek gemacht, ne. Zäune haben Kollisionen, ne. Könnt sich einfach durchfahren. Aber da hinten waren Telegrafenmasten. Ach, hier waren die sogar. Ach, guck mal. Ja, kann ich euch doch noch ein bisschen was zeigen hier. Sowas mag ich natürlich auch, ne. Das, äh... Da hat er die Kollision rausgenommen, ne. Weil Hugo checkt das ja nicht, ne. Hugo kriegt das nicht hin, wenn hier eine Kollision ist. Und wenn man von Hand arbeitet... Ach, kleiner Schwächeanfall, ey. Und das mit dem Video, ne. Wenn man von Hand arbeitet, kann man ja drum rumfahren, ne. Man sieht ja hier, ach, ne. Ach, Stromleitung, ne. Und wenn Hugo arbeitet, dann knallt er einfach durch. Finde ich super, ne. Was haben wir denn für ein, äh... Ja, das ist ein schöner Winkel. Mach mal Hugo an. So, Hugo, gib mal Jas. Und... Zack, ne. Hugo richtet sich automatisch halt aus, ne. Auf 0 Grad oder beziehungsweise, ähm... Äh, ich glaub, äh, 0,45, 90 Grad, ne. Das sind die Winkel, die standardmäßig da sind. Und mehr Winkel brauch ich auch nicht, ne. Ich find das recht chillig, ähm... Wenn der Helfer sich ausrichtet, dann hat man nicht so viel zu fummeln, ne. Ihr Hühner hat er diesmal eingesperrt, ne. Gibt keine freilaufenden Hühner. Ich bin nicht böse drum, ne. Ich kann kein Hühnerfrikassee mehr sehen, ey. Mann, Mann, Mann. Das gab's in letzter Zeit oft Hühnchen auf den Webs von TuneWall. Ähm... Durchfahrscheune find ich ein bisschen schade, ne. Ich steh ja total auf Durchfahrscheune, weil ich hier unfähig bin, mit zwei Drehschirmen rückwärts zu fahren. Und dann find ich das immer total praktisch, wenn man so ne Durchfahrscheune hat. Aber... Es hilft natürlich auch nur, wenn man durchfahren kann, ne. So ne Durchfahrscheune... Ist leider... Ja, kann ich nix mehr tun, ne, mit dem Ding hier. Leider. Ah, na gut. Man muss nehmen, was da ist, ne. Wie das halt immer so ist, ne. Hier sind Debukus wahrscheinlich, ne. Ja. Debukus. Na gut, die Gebäude und so, das kennen wir ja schon von ihm. Von seinen Maps. Hier so ein bisschen Gemüse auf dem Weg stehen. Ich mag das. Ich find das total gut. Diese unendlichen Weiten. Wir knallen da mal einmal so ein bisschen so einfach so querfährt ein. Einfach mal so ein bisschen drauf rumgefahren Video machen. Ja, hier Straßenverkehr ist auch, ne. Nämliche Leute am Start hier. Gucken, wer wohnt hier. Äh, so ein Waldgebiet hab ich noch gar nicht gesehen. Hier ist einfach so ne kleine Bude hier vorne. Auch witzig, ne. Ähm. Gut, also für mich ist jetzt Forstgebiet nicht so wichtig. Aber ich weiß ja, dass es durchaus mal passieren kann, dass einer mein drauf rumgefahren Video guckt. Ist das hier dieser Hof 2 oder was ist das hier? Kleines Lou. Aha, okay, das ist ein kleines Lou. Wollen wir nochmal einmal drüber cruisen? Das kleine Lou. Das kleine Lou hat sogar ne Miste. Das ist ein Luder. Das Lou. Ein Ludenluder. So, komm her du. Aha. Hat er da so ein Dach dran gebastelt? Naja, warum nicht, ne. Wie sollen das mit den... Sind das jetzt Clip-Club-Türen? Sind das so Schiebetüren? Das glaube ich nicht. Bist du ne Schiebetüren? Du bist... Ach, nur Deko? So kann man das Problem natürlich auch lösen. Weil eigentlich müssen das Clip-Club-Türen sein. Ich hoffe mal, dass es hier nur... ...nur eine Deko-Veranstaltung ist. So nach dem Motto, ähm... Na, hier geht uff. Hä? Hat er sich jetzt hier verzockt, oder? Ich glaube, an der Seite... ...ist ne Schiebetür. Ja, die geht. Das sind gar keine Türen, oder wat? Hier ist... Hier ist irgendwas. Was ist denn hier? Was ist denn das? Ein Pumpensumpf? Äh, ja doch. Die Türen sind nur Deko? Was ist denn hier Lois-Clark? Eine witzige Bude hier. Hab ich noch nie... Oh, hier ist auch zu. Okay. Ah, kein Schlüssel, ne? Schlüssel vergessen. Ist hier mal witzig. Was kann der denn hier? Dünger kann man hier kaufen? Ist hier auch nice. Und hier gibt's bestimmt Saatgut. Ja, ist nur die Frage, ob die Paletten verschwinden... ... oder ob die da bleiben. Wir können mal einmal... ... einmal mit F5 gucken. Hier ist irgendwas Gigantisches verbaut. Nee, ich glaub, da sind... ...schwer zu sagen. Aber ich glaub, hier sind Trigger. Aber wenn, dann stehen die ganz schön weit draußen. Dafür ist diese Kiste nur Deko. Naja. Hier ist auch ein Trigger. Ach, das ist der Trigger für die Tür. Okay. Also, dieses Gebäude hat keine Funktion. Das ist nur Deko. Der Trigger ist für die Tür. Jetzt ist die Frage, ob man hier Dünger und Saatgut kriegt. Da müsste man doch nochmal gucken. Vielleicht hat er in der Beschreibung was geschrieben. Wenn nicht, ähm... Es kann sein, dass ich noch ein Angezockt-Video mache. Ob ich das dann... Vielleicht teste ich das dann beim Angezockt-Video. Dieses Jahr, wie gesagt, anders drauf rumgefahren. Einmal kurz gucken. Was ist Lois, ne? Wie hat er... Welche Situationen halt umgesetzt und so weiter, ne? Man kann ja jetzt nicht, äh... Und darum geht's ja nur, ne? Das ist eigentlich mehr ein Video für mich. Damit ich weiß, ob ich ein, äh... Angezockt machen kann. Ach, das ist der Hof, wo nur getrennt ist. Das ist mein ganz normaler Hof. Das ist gut, Diego. Kau mal ein bisschen Weihrauch. Ey, ich will jetzt aber einmal noch da auf die andere Seite. Äh... Ich muss hier einmal rund um den Hof. Komme ich hier durch? Oh, nicht mit der Geschwindigkeit. Oh, ja. Uppala. Diego-GTA-Style auf, ähm... LS-Basis. Ein Frosch im Hals. Hier ist ne Straße. Lass uns doch mal über die Straße cruisen. Ich bin schon wieder zweit gefahren. Oh. Diego-orientierungslos, wie immer. Ah, hier ist der Händler. Und Leute laufen hier rum. Guck mal. Sehen wir doch mal was. Ich würde jetzt gerne... Ich würde jetzt gerne zur anderen Seite kommen. Wenn es irgendwie möglich ist. Es gibt nur eine Stelle, wo es rüber geht. Und die habe ich jetzt dreimal verpasst, oder was? Hier sind sogar Schilder, habt ihr gesehen? Kuhhof. Okay, danke. Danke für das Information. For me. Millimiligrats. Wie der Russe sozusagen pflegt. So. Aha. Hier drunter her. Unter die Bahnschienen drunter her. Und dann kommt man zur anderen Seite, wo des Schafes sind und des Schweines sind. Okay, okay. Oh, oh, oh. Wir sind hier unten. Da fahre ich schon mal sicherheitshalber nicht mit dem Auto runter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, ich will... Ja, danke. Ähm. Wir fahren... Ich müsste auch lenken beim Fahren. Ich, äh... Welche Taster habe ich denn gedrückt gerade? Alter, Tastaturfahrerei. Ach, hier geht's rüber? Das ist ja auch crazy abgefahren. So, diesen abgefahrenen Weg hier fahren wir noch und dann ist gut, ne? Ähm. Drauf rumgefahren Video mache ich, wenn, dann morgen. Weil eigentlich brauche ich die Map nicht. Also die Map ist schön, ist, äh, Tune War Standard. Ich mag das Zeug, was da raushaut. Ist nice wie immer. Wirklich nice wie immer. Ähm. Nur ich brauche, also im Moment, so eine Map. Ich brauche die nicht, ne? Die ist ganz schön groß, ey. Ich überlege mir das mit dem Brauf rumgefahren Video nochmal. Ähm. Ja, Diego ist draußen und, äh... Habt euch lieb, ne? Habt euch lieb, ne? Ich brauche mir das mit dem Brauf rumgefahren. Ich brauche das mit dem Brauf rumgefahren. Ja. Und jetzt ist es, äh, ja. Vielen Dank.